Hi Leute und herzlich Willkommen hier mal wieder zu diesem brandneuen Video hier auf diesem Kanal. Seit einer Woche ist kein Video mehr gekommen und jetzt kommt das nächste. Ich habe hier Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Es ist leider nicht die Deluxe Edition. Ich weiß, ich wollte die Deluxe Edition unbedingt haben. Meine Mutter hat sich um 5 Uhr morgens an den Computer gesetzt, um das Spiel bei Lego Komfort zu bestimmen. War aber leider schon weg. Ich habe sogar Leute gehört, die haben gesagt, sie haben es schon um 0 Uhr gestellt und es war trotzdem schon weg, wenn es überhaupt da war. Ja, dann habe ich mir jetzt hier die normale Version gekauft. Ich dachte immer, dass bei der normalen Version einfach nur das ganz normale Spiel dabei ist. Aber ich weiß nicht, ob es immer so ist oder ob es jetzt nur ein Zufall ist hier bei meinem oder ob die sich da vertan haben beim Einpacken oder so. Aber ich habe ein klassisches Charakterpaket bekommen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich zeige euch jetzt extra nicht den Zettel mit dem Code, weil ich nicht möchte, dass ihr mir mein Charakterpaket klaut. Aber ich finde es cool. Vorderseite, Rückseite. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ich zocke das Game gerade mal so ein bisschen kurz an. Und dann erzähle ich gleich ein bisschen was über das Spiel. Und dann bis dann. Dann sehen wir uns gleich wieder.